Neue Herausforderung, diese Herausforderung müssen wir heute schaffen Leute, so seht ihr ganz aus, dieses Dorf hier müssen wir vernichten Leute, erstens machen wir mal Abwebensauber Tag Schaden 1 Und dann kaputt Es muss halt so schlau weise gemacht werden Leute jetzt und dann hier, Tag aktivieren Dreck Habt ihr das gesehen? Weil das ist halt systematisch Das muss man schnell machen Tag Und dann machen wir Kopfjäger Kopfjäger Und dann machen wir hier Tag 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 Jetzt muss das schnell gehen Jetzt muss das schnell gehen Leute Tag Tests Und sonst haben wir keine Zeit Und dann machen wir hier einen Donnerblitz Und dann hat Dr. Tag das ist sehr leicht Leute, das ist sehr leicht und hier einmal Eistauber, das geht schnell, das ist einfach, jeder kann das schaffen, ihr müsst das nur wie ich machen, nur wie ich, dann schafft ihr das auch locker Leute jetzt, genau wie ich machen Taktik, das ist leichtestes überhaupt zum schlagen, ja, somit ist das 100%, wir haben noch ein Eistauber zur Verfügung, aber das benutzen wir nicht, wir haben es sowieso geschafft, so Leute, Daumen hoch geben, abonnieren, tschau Leute, so funktioniert das genau wie ich machen, dann wird es auch schaffen, tschau Leute.